Hallo zusammen, in dieser Produktvorstellung geht es um unsere Best Catch High Protein Hookbait Pellets, wie ihr sehen könnt, erhältlich in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen bzw. Farben. Einmal die High Protein Black Highboot Pellets, die High Protein Red Highboot Pellets, sowie die High Protein Erdbeer Robin Red Pellets dann in der Farbe rot gehalten. Zu den Pellets selbst, die haben einen Durchmesser von 8 mm sowie verfügen alle über ein Loch in der Mitte. Das ist einfach das Praktische beim Angeln. Mit Herde um den Pellets ohne Loch braucht ihr meistens so ein Hookband, wo ihr das mit dem Gummi am Haken befestigt und bei diesen Pellets könnt ihr einfach ein klassisches Haarring nehmen zum Beispiel und hier dann den Pellets befestigen. Wie ihr sehen könnt, eine einfache schnelle Montage. Die High Protein Pellets lösen sie im Wasser nicht sofort aus, die bleiben über längere Zeit erhalten und somit könnt ihr aber eventuell mehrere Fische damit fangen, ohne jedes Mal den Haken bzw. den Köder wechseln zu müssen. Erhältlich in drei verschiedene Geschmacksrichtungen, wie bereits erwähnt. Immer 200 Gramm im Päckchen, ideale Größe als Hookbett Pellets. Beim Angeln erhältlich immer bei einem Tackle-Dealer. SP verpackt immer 200 Gramm im Päckchen, natürlich mehr wie jetzt hier auf dem Muster, das ich euch zeige. In der Verpackung probiert es mal aus, fangt dicke Fische, Petri heil im Wasser. Das war's. 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 Vielen Dank.